Wenn der Einsatz von Antibiotika wirklich notwendig war, ist es ja um und auf einer Behandlung die Darmflora wieder herzustellen. Und da ist Gladiator Plus sehr hilfreich. Erstens kann ich früh aufhören, ich brauche weniger Antibiotika, wenn ich Gladiator einsetze, weil ich ja die entzündungshemmende Komponente von Propolis habe im Gladiator. Ich habe eine bakterientötende Wirkung, eine pilztötende Wirkung und eine immunstimulierende Wirkung. Wobei Propolis offensichtlich keine Resistenzen kennt. Das ist auch der zweite Nachteil der Antibiotika. Wenn ich sie ständig einsetze, züchte ich mir resistente Keime. Also die gefürchteten Staphylococcus, die in Krankenhäusern zunehmend Probleme machen, weil kein Antibiotikum mehr wirkt dagegen. Daher sollte man wirklich sparsam umgehen damit. Meinen Hund bewusst versorgt. Alle Informationen gibt's auch im Internet unter www.gladiatorplus.com 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 www.gladiatorplus.com